So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder Far Cry 5, aber nicht das Grundspiel, sondern vielleicht habt ihr es schon, der ein oder andere mitbekommen. Es gab ein Golden I-07 Remake, das kennt ihr vielleicht noch vom N64 damals, war legendäres Game. Der Singleplayer war nice und der Multiplayer war natürlich auch mega nice. Und es gibt jetzt den Perfect Dark 1982, der hat 18 Karten vollständig nachgestellt, also von Golden I-07. Und die könnt ihr jetzt hier spielen, wenn ihr auf Arcade geht und dann Arcade öffnen, dann Solo und Korb und Maps durchsuchen. Und sucht dann einfach nach Map Name, Golden I. Und dann findet ihr die Maps von ihm bei, steht immer drin, bei Perfect Dark 1982. Und dann könnt ihr hier durchscrollen durch die Maps. Und ja, mega nice gemacht, richtig krank. Für alle, die von damals noch eben das vom N64 noch kennt. Und wir wissen also, mein Bruder, ich, wir haben das in Kinderzeit gesuchtet. Immer schön ein Splitscreen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch selber gespielt habt oder was ihr davon haltet. Oder habt ihr es schon gespielt? Und ja, wir schauen jetzt auf jeden Fall mal rein. Ich werde es jetzt gleich mal mit meinem Bruder im Korb testen, ob das funktioniert. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß beim Zocken. Gebt gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.